Vergiss mich nicht, vergiss mich nicht, die Zeit mit dir war viel zu schön. Vergiss mich nicht, vergiss mich nicht, auch wenn wir auseinander gehen. Ich komm zurück und unser Glück wird wieder so wie damals sein. Darum bitt ich dich, denk auch du an mich und vergiss mich nicht, sei mein. Womit kann ich Ihnen dienen, Herr Burgermann? Ich habe eine Frage, Herr Peters. Übrigens, sind Sie mit dem Nachwuchs, der sich heute bei uns hier vorstellt, zufrieden? Ja, darum... Was sagen Sie, ich wollte Ihnen etwas fragen. Ja, sagen Sie, dieses Mädchen, diese Ruth Degner, stammt sie aus Heidelberg? Ja, die Degners haben ja eine kleine Gärtnerei. Gärtnerei? Sehr begabt, dieses Freundin Degner, nicht wahr? Ja. Ich danke Ihnen. Bitteschön. Ich komm zurück und unser Glück wird wieder so wie damals sein. Darum bitt ich dich, denk auch du an mich und vergiss mich nicht, sei mein. Alle so fick relevanten Wurzelnik? Bis zum nächsten Mal. Bitteschön. Untertitelung des ZDF, 2020